Aaaaah Ach dort hinten ist die Lava Also wir könnten jetzt Boot fahren Hier geht's nämlich nicht weiter Bait ich jetzt nicht Where are you my friend? I don't see you Ich stehe hier genau an diesem, diesem Guck mal an dem Stein Ding In diesem Pickel von der Wüste Nee nee Ah du bist auf einem Stein Ding Nee Ich bin, wenn du auf der großen Karte guckst Da hast du doch diese vier Seen in der Wüste Na? Mit ETF Ja Seh ich nicht Gut Also ich steh jetzt bei 2200 und minus 1200 Da bin ich jetzt Ich steh genau am Arsch von der Wüste Da geht's jetzt nämlich nicht weiter Ich bin schon in die Richtung WTF Also plus 2200 und minus 1200 Da bin ich Ach dort An der Seite von der Wüste bist du Ich war auf der anderen Seite Ah Ich war am linken Ende Ah Ich war am linken Ende Deswegen habe ich mich noch zu gewundert Ah Gucken wenn ich dich irgendwo sehe Iron Man flieg Iron Man flieg Iron Man flieg Ach geht ne Schade Schade Ah Aber gucken her Ich will es ja Mal machen So 2000 Und 1400 Hab ich ja 2200 Und minus 1200 Ich dich doch schon irgendwo sehen oder Wo bist du? 2000 Sech Ja Und das ist der 1400 100 Okay Ich lübsch mit Leiter Ah du müsstest ja aus der Richtung kommen Müsstest von dahin Aus Westen kam ich Nordwesten Ja Müsstest du von Also ist sozusagen das Meer links von dir ne? Ja Ah da hinten Ich seh dich Ich seh dich Erstmal zur Freude Kartoffeln essen Lass mal zur Freude ein Pfeil hinterschießen Ah war zu kurz Ja er war viel zu kurz Kannst du ihn eigentlich aufsammeln? Au Springt ja wieder Natürlich kannst du Nein ich lass Engeln dass da angezündet werde Nee Er zündet ja nimm mal Bäume an oder sowas Ist ja ein Leben Oder? Mal testen Erstmal einen Baum einschießen So mal testen Weil ich hatte ihn doch letztens äh in der Dingens Ne In der Im Haus Ran gefeuert Ja ich bin von hier gekommen Aus der Richtung da Achso Ja da haben wir es von beiden Seiten mal umrundet quasi Wir könnten jetzt ein Boot machen Entweder wir fahren jetzt hier gerade lang Oder wir fahren mal rüber Drüben an der Dings vorbei Aber ich mach mir mal ein Boot Warte ich mach dir jetzt mit Jetzt hab ich mir ne Jetzt will ich mir ne Schüssel machen Nimm dein Holz Danke Ist das Boot noch aufsammeln können Der wärs geil Könntest du es nur aufsammeln? Okay Doch Schatz grad Wo wollen wir denn hin? Ein bisschen Da drüben hast du noch mal ein Stück Dschungel Aber übrigens dass wir den Boot verlassen Das steht jetzt hier auch im Kontext da Ja Ja Wie ist das ne? Wollen wir erstmal in dem Dschungel vorbei Oder wollen wir Zeit zum Mond fahren? Oh das packt mal gar nicht rum Zurzeit Boah Ich seh das Aber wir können erstmal hier rüber fahren Ja ich folg dir einfach mal Hallo Huuu 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 Oh mein Gott da wird das hier immer wieder einbinden Ah hier drüben geht's weiter Huuu Huuu Ja genau wir müssen den Kuhspall Wir müssen den überall einbinden Wie bei Preet Lettington Bremsen 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 Oh die Boi gehen gar nicht mehr so fix kaputt Ne Du glaubst zumindest ne Ne Die scheinen mal gefixt wurden diese Schwimm nicht weg glaube ich gut Das ist ja auch geil Das ist ein übelst kleiner Tugel hier oder was Alter wie geil Das sieht geil aus Hat Hat Style Muss man mal sagen Und dann müsste hier Erstmal anbrennen Hier müsste ein Tempel drinnen sein Erstmal anbrennen Müsste ein Tempel drinnen sein Ja Besten Unterwasser Tempel oder so Sowas von Ah ich weiß auch nicht Müssen wir doch mal irgendwo was Crazy zu finden sein Das ist nur ein kleiner Kackdschungel Hundert Diamanten oder sowas auf einen Haufen oder sowas auf einen Und das mit der Glück Diamant zack Aber Ja mindestens Oh der Dschungelbaum ist auch cool Da ist wie ein großes Dach Wie so ein großer Sonnenschirm gemacht Ah Da bist du bestimmt schon vorbei Du bist bestimmt einmal vorbei gerammt Ich war halb im Dschungel drinnen Ja Du bist dort Du siehst mich Der hier Der wo ich schon stehe Das ist echt cool wie so ein Schirm gemacht Fetzt Fett Hast du mich dort Fett genannt Ja Ja Wiederhol das nochmal mein Freund Ja Weil liegt ne Blume Guck mal hier liegt ne Blume Geil Ich muss sagen bei dem Texture Pack ist so der Himmel ganz geil gemacht Das ist ne Kuh Wir sind Steine Warum sind nur Steine Sandstein Boah Wasser Steine Und Wasser Kannst du auf der Map gucken Ah Steigen wir hier ins Boot und fahren weiter Ja Ja Der Zombie gefickt hier Hm Ey den Creeper würde ich auch noch in den Arsch bumsen Ja Oh ja ja Boah Er hat sich erstmal durch die Gegend geleckt Das ist viel viel zum Thema Du kannst bitte den Sand aufheben Ach Scheiß auf den Sand Ja Der ist wichtig Der zu dem äußersten Ende und dann fahren wir noch nach vorne Beutel Wir gehen bis zum äußersten Ich glaube da können wir sogar dann wieder zurückfliegen würde ich sogar sagen wie wir das letztes gemacht haben Ah Er kommt von dort da Schluss auch nicht hier lang ins Ungewisse Boot fahren Boot fahren Boot fahren Boot fahren Yeah Mach Die große Merk gefahren Was wurde packt gar nicht rum Ne genau Das haben die anscheinend auch gefixt Find ich cool Crazy Hey Nein, ihr packt gar nicht rum zurzeit Hey, das ist crazy Alter, wir sind wieder am tiefsten nichts hier Oh, da kommt eine Insel Was? Ja Super Wie gesagt, eine Insel Eine Insel mit zwei Bergen oder wie? Ne, bloß eine Insel Iron Man, flieg! Ne, Iron Man schwimmt Aber ich glaube irgendwie haben sie die Putzsteuerung haben sie irgendwie geändert Sensibler kann das sein Ah! Ne, man Waaah! Fliegst du hin Ich folg dir dir Man steuert jetzt wenn du, wenn du die Maus bewegst Sonst kannst du immer mit links und rechts Du kannst B das machen Jaja B das, aber ich kann Also ich kann jetzt nicht mehr links und rechts steuern Wissen du hin? Ah ja Versuch mal unter der Maus bewegen nach In irgendeine Richtung zu kommen Stimmt, geht gar nicht Ne? Das ging nämlich erst Ja Haben sie es jetzt bloß auf der Maus beschränkt Beschränkt Da kommt nichts Ja, da kommt schon irgendwo wo was Wir müssen halt weit fahren Ja Ich glaub unsere Welt ist am Ende Oh da Da ist was Oh da ist was Ich hab Land entdeckt Ich nenne dieses Land Indien Erstmal steil Erstmal steil Erstmal steil nach rechts ziehen Mal sehen ob das Boot kaputt ist Mit einem Miniwald Oh bremsen, bremsen, bremsen Bremsen, bremsen, bremsen Also meins kaputt gegangen Meins ne Ich hab's so voll drauf angelegt Ich hör Lava unter mir Warte mal, mein Boot ist weg Achja Ich war mal kurz zu frei, na Wärst du verreckt oder was Was fällst denn du da rein? Ich hab einen Block abgebaut WTF? Und wo natürlich genau der Block da einfällt Hahahaha Ich hab aber Glück, wa? Ich spring rein und bin genau daneben gelandet Hahahaha Alter Ich mag das Spiel Du baust dich hoch und neben dir fällt der Sand runter Ja, ich hab mich im Spiel Alter Das hasst mich wirklich ey Geil, geil, wa? Das ist schon übel Wir brauchen Wir brauchen Ah, wir müssen irgendwie diese Planes müssen wir finden Also quasi eine Wiese 6 Pferde Ja Wir haben ja Planes in einem Haus, aber dort wird nichts mehr spawnen Ne Das ist schon ausgelutscht Wie so ein alter Penis Das ist nur Wiese und Strand Ey Wald Wenn's wenigstens ein Dschungel wäre Lass dich mal vorlaufen, ja Hier ist eine Höhle Lauf vor Ja, Höhle, Höhle sind gerne Höhle haben wir ja noch diese Schlucht, die wir erkunden können Oh Lass mal was essen Genau so ist sie Da hat das Feuer Da hat das Feuer Ja, da brennt fast Da brennt jemand Oh, da ist rumgefallen Wie sieht's denn überhaupt mit Ah ok, mit Achievements kann man auch vergessen Wieso? Ah, die hast du jetzt sicher wieder zurück Achso Wolltest du eigentlich auch mal sammeln hier Aua, das kann man nicht Muss ich mal gucken, vielleicht finde ich hier die Ähm Ah, scheiß drauf Supermäßig Ah, scheiß drauf Ah, scheiß drauf Ah, scheiß drauf Was ist das? Jo 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 Ich lasch mir doch noch ein Loch rein Ah, du hast auch mit den Löschern Ich bin gerne im Loch Ah Ah Hehehe Geiß Boah, braune Schafe Hier wollen wir zumindest noch Braune Schafe und Skelette Braune Schafe Und Skelette Voll die Nazi Schafe Ja Braune Debrie Nazi Schafe Ups Hier haben wir noch eine Höhle Ich krieg voll Schaden Hier ist auch eine Höhle Hab schon gerade gesagt Was? Bist denn du? Wir haben uns verloren Ist nichts anderes Ach, egal Ach, egal Lauf einfach mal durch Ich kann dann wieder die Koordinaten zu Not sagen Bist du in die Höhle eingegangen Oder bist du noch im Wald? Ne, ne, ich bin noch oben Alles klar Die Höhle, die erstreckt sich aber ganz knapp über der Oberfläche Weil ich habe jetzt schon drei Eingänge gefunden Crazy Hey, das ist crazy Ich bin gerade oben auf einem Baum Oben auf der Kuppe Ah, wo geht's denn hier? In die Richtung Warum springe ich von Baum zu Baum? Man weiß es nicht Man glaubt es kaum Ha, 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 ha Willkommen bei Let's put it together Aber Aber Ich hab wieder Dämmisch gekriegt Oh, hier ist ein Riss Hat einen Ritz gefunden So aus Doch nicht Schluck einfach mal weiter nach nur den Ja, hier ist ein Riss Und eine Mine Da gehen wir rein Ähm, Koordinaten Ähm Warte Wollen wir mal kurz hier was sichern Wohin stellen 3222 Ah, ich seh Ich seh Ich seh auf der Map Ich seh auf der Map Minus 2500 Geh einfach schon mal nach unten Ja Ich warte mal am besten Ich denke mal das dürfte das sein Find ich Find ich Find ich doch eh wieder nix Einer von uns beten Findet alles Der andere findet nicht So wirst du jetzt jedes Mal Ich baue mich hier lieber runter Hallo Ich hör dich schon Ich weiss nicht wie viel Damage das macht Hier runterfallen deswegen Ah, ich weiss wie Ha Erstmal im Spinnennetz gelandet Und jetzt hast du es abgebaut Du bist ein Arsch Warte Ah ne, warte mal wie Ich kann jetzt eine wieder hinsetzen Tja, shit Erstmal beide gebrochen Und? Ja, ich geh in die Richtung von der Mine Ja, ich hab's gesehen